Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Samsung Galaxy Z Flip 6. Das hat mich die letzten Wochen im Alltag begleitet und ich möchte so ein bisschen darüber sprechen. Ich habe es euch ja schon mal im ersten Hands-On damals in Paris gezeigt. Jetzt konnte ich es also auch im Alltag testen. Ich würde sagen, das schauen wir uns doch direkt mal an. Auf den ersten Blick sieht das Flip 6 den Vorgänger ziemlich ähnlich, aber Samsung hat einige feine Änderungen vorgenommen, die es noch mal edler wirken lässt. Gerade das kantige Design mit der matten Optik, das macht hier echt einiges her und verleiht dem Gerät natürlich einen richtig schönen hochwertigen Look. Ich persönlich mag auf jeden Fall auch dieses hellblau, das gefällt mir richtig gut. Es gibt natürlich auch noch andere Farbvarianten, aber dieses blau, ja es ist ja irgendwie auch so eine Trendfarbe aktuell, muss ich sagen, gefällt mir hier richtig gut. Besonders praktisch ist natürlich auch, wie kompakt das Flip 6 im zusammengeklappten Zustand ist. Es passt Problems natürlich in jede Hosentasche, ist super praktisch für unterwegs und aufgeklappt erwartet euch da das große 6,7 Zoll Display. Somit habt ihr im Prinzip natürlich auch hier wieder zwei Smartphones in einem, denn ihr könnt auch ziemlich viel über das äußere Display machen und wenn man es dann größer haben möchte, klappt man das Display einfach auf. Das große Display hat eine Auflösung von 2640 x 1080 Pixeln und eine BTW-Hochrate von 120 Hz ist somit unglaublich scharf und auch schön flüssig in der Benutzung. Besonders beeindruckend ist auch die Helligkeit. Selbst bei direkter Sonnenanstrahlung kann man hier alles schön und klar und deutlich ablesen. Zusätzlich gibt es wie gesagt das Außendisplay mit 3,4 Zoll. Das ist für Widgets und Benachrichtigungen gedacht. Es ist zwar klein, aber ich finde es persönlich sehr praktisch, denn man kann damit echt viel machen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Ihr könnt zum Beispiel auch Google Maps darüber laufen lassen oder ihr könnt auch Videos schauen. Das ist vielleicht dann etwas zu klein, aber gerade um jetzt zum Beispiel auf Nachrichten zu antworten oder das Wetter zu checken oder einfach mal so ein paar kleinere Anwendungen, wo man jetzt nicht das größere Display benötigt, kann man dann hier drüber laufen lassen. Und ich muss sagen, ich finde das sehr gut und was natürlich extrem praktisch ist, die Kamera. Denn ihr habt natürlich dann hier drüber die Möglichkeit, einfach Selfies zu machen mit der Hauptkamera und könnt euch natürlich gleichzeitig sehen. Und ihr könnt das Smartphone auch einfach irgendwo hinstellen und dann kann man damit auf jeden Fall auch coole Fotos machen. Das habe ich euch damals in Paris auch schon mal gezeigt. Da gibt es den Modus für das perfekte Bild. Da stellt das Smartphone einfach irgendwo hin, stellt euch natürlich dann vor das Objekt und je nachdem, wo ihr euch dann hinstellt, wird dann das, ich sage mal, perfekte Bild gemacht, damit alles im Framing dann auch gut aussieht. Aber bleiben wir direkt bei der Kamera. Und hier haben wir jetzt auch ein paar Upgrades beim Flip 6. Die Hauptkamera hat jetzt 50 Megapixel, ist mit optischer Bildschirm ausgestattet, was natürlich auch besonders bei Fotos und schlechteren Lichtverhältnissen für bessere Ergebnisse sorgt. Auch wenn wir jetzt keine Tele-Linse haben, haben mich die Bilder im Alltag auf jeden Fall überzeugt. Wir haben jetzt hier die normale Weitwinkelkamera und eine Ultra-Weitwinkelkamera. Es gibt zwar auch einen digitalen Zoom für, ja, wenn ihr ein bisschen näher an den Augenblick rankommen möchtet, aber all in all, muss ich sagen, haben mir die Fotos hier vom Flip 6 auf jeden Fall auch gut im Alltag gefallen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, größter Foto ist halt, dass man die Selfies mit der Hauptkamera machen kann, was einfach dafür sorgt, dass die Selfies natürlich auch eine bessere Qualität haben. Wir haben zwar auch eine 10 Megapixel Frontkamera, also wenn man das Smartphone aufklappt, auch darüber kann man natürlich Selfies machen oder das für Besprechungen nutzen und so weiter. Aber der größte Foto ist halt einfach, dass man die Selfies mit der Hauptkamera machen kann. Unter der Haube steckt der neue Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy und in Sachen Performance ist wirklich hier alles dabei, was ihr braucht. Egal, ob ihr anspruchsvolle Spiele zockt oder mehrere Apps gleichzeitig nutzen möchtet, das Flip 6 bleibt auch schön kühl während der Zeit und liefert hier eine wirklich gute Performance. Apropos kühl, wir haben jetzt hier eine neue Vapor Chamber, die natürlich dann auch nochmal die Wärme effektiv abführt, sodass man auch zum Beispiel, ja, effektiver zocken kann mit dem Gerät, falls ihr es haben möchtet. Und, ja, Vapor Chamber ist jetzt hier auch mit dabei für eine bessere Kühlung. Wir haben jetzt eine Akkukapazität von 4000 mAh. Jetzt habt ihr natürlich hier auch nochmal eine bessere Akkulaufzeit. Ich kam auf jeden Fall bei normaler Benutzung, wirklich easy durch den Tag. Es hängt natürlich immer davon ab, was ihr macht. Wenn ihr wirklich sehr, sehr viele Fotos und Videos macht, vielleicht auch viel zockt, dann könnt ihr ein bisschen knapp werden mit der Akkulaufzeit. Aber ja, ihr könnt es dann natürlich auch wieder aufladen. Hier ein kleiner Punkt, ich hätte mir gewünscht, dass man das Smartphone ruhig noch so ein bisschen schneller aufladen könnte. Denn das ist per Kabel gerade mal bis zu 25 Watt oder kabellos bis zu 15 Watt. Eine komplette Aufladung dauert so etwa 80 Minuten. Ist okay, aber das geht auf jeden Fall schneller, oder? Vielleicht beim nächsten Jahr. Als Software haben wir hier natürlich Android 14 mit One UI. Und, ja, die Bedienung ist wie immer flüssig und intuitiv. Und besonders praktisch finde ich auch die neuen Galaxy AI Features. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt beim Fold 6 Video, zum Beispiel die Live-Übersetzung. Oder auch sehr gut finde ich einfach, dass man in Bildern etwas zeichnen kann und die KI generiert dann etwas. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Hat echt gut funktioniert. Und ja, so kann man auf jeden Fall auch witzige Fotos gestalten. Kommen wir doch mal zum Thema Preis. Die UVP liegt, glaube ich, bei 1200 Euro. Aber ich habe gerade mal, um die jetzt mal zu schauen, den aktuellen Idealo-Preis offen. Und teilweise kriegt man gerade die blaue Variante für 669 Euro. What? Also, das ist ja krass. Also, teilweise hier 700 Euro, 800 Euro in der Farbe. Aber, also, es ist auf jeden Fall schon deutlich günstiger geworden. Und dafür muss ich sagen, ist es dann schon ziemlich nice. Also, für den Preis ist es auf jeden Fall nochmal, ja, ein deutlicher Pluspunkt. Muss ich sagen, mal gucken, vielleicht entwickelt sich das ja noch so ein bisschen weiter. Aber, hat mich jetzt persönlich auf jeden Fall echt überrascht, dass das schon so günstiger geworden ist im Vergleich zu UVP. Aber all in all muss ich sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Gerade vom Design. Es fühlt sich auch wirklich extrem hochwertig und robust. Also, es macht einen wirklich guten Eindruck. Klar, die Falte hier in der Mitte, man sieht sie, man spürt sie auch so ein bisschen. Aber im Alltag habe ich die jetzt irgendwie auch komplett ausgeblendet. Da hat sie mich jetzt nicht wirklich gestört. Also, mir hat es auch persönlich wirklich echt gut gefallen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würdet ihr ein Flip-Smartphone im Alltag nutzen? Oder sagt ihr, nee, ich möchte lieber ein ganz normales Smartphone haben. Gibt es ja auch sehr, sehr viele Alternativen. Aber ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Und, ja, ist ja trotzdem nochmal was anderes. Aber ich finde es halt nice, dass wir trotzdem ein Außendisplay haben. Und da ziemlich viel schon machen können, ohne das Display aufzuklappen. Denn dadurch ist natürlich auch die Akkulaufzeit besser. Also, ja, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.